Oh, was ist hier los? Absolute Ekstase. Du wirst hier komplett irre. Du denkst, ach du Scheiße, was ist hier los? Und wir drehen das einfach nochmal. Richtig geil. Ach, schauen Sie sich das an. Ist das nicht herrlich? Jetzt schon vor der Partie absolute Gänsehaut bei brutalen Temperaturen. Ich weiß noch, es war sehr, sehr heiß. Ich glaube 37 Grad oder sowas. Und natürlich mit Duisburg, einen absolut geilen Gegner vor der Brust. Freunde, auf geht's. Brunchtime. Dann hat sich das Spiel wirklich auch erstmal zu unseren Gunsten so bewegt. Und wir haben 2-0 geführt. Suleimani. Suleimani! Suleimani! Walmir Suleimani mit dem Kracher am Sonntagmittag. Dann ist das Spiel gekippt. 2-1. Markus Scholz hat sich schwer verletzt, Kreuzbandriss. Oh, was macht denn der Scholz da? Freunde der Nacht. Ich glaube, der hat sich verletzt. Dann ging alles relativ schnell. 2-1, 2-2. Oh, was ist hier los? Nach der Pause sogar 2-3. Da wird abgefälscht. Und 3-2. Duisburg. Dann gab es diese Trinkpause. Und da haben wir uns einfach nochmal gesammelt. Und haben gesagt, komm, nochmal die letzten paar Minuten alles raushauen, was wir haben. Natürlich, die Temperaturen sind brutal. Aber die müssen noch mal. Suleimani! Man kann eine Trinkpause nicht besser nutzen. Und dann explodiert sowieso immer das Karl-Wenz-Stadion. Und die Stimmung trägt dann ein irgendwo noch. Oh, was ist hier los? 4-3 für Mannheim! Du wirst hier komplett irre! Marcel Segert! In dem Moment, wo Maurice Deville dann quergelegt hat, wusste ich, okay, der kommt gut in meine Richtung. Ich muss nur mit Tempo durch. Das Stadion steht. Hier legen sich Leute in den Armen. Und dann entschlossen! Waldhof Mannheim gewinnt 4-3! Absolute Ekstase. Wusste ich nicht, wie ich jubeln soll. Und hab dann mein Trikot ausgezogen. Musste dann mit kleiner Geldbuße zahlen. Ich glaub, das waren 50 Euro oder so. Also es war noch in Ordnung. Für das Gefühl auf jeden Fall. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.